Top gestylt zur Hochzeit, Firmung oder Erstkommunion. Die neuesten Frühjahrstrends sind da, bei Sorelle Ramonda in Wöllersdorf. Das Must-Have der Saison sind bunte Hosenanzüge für Sie. Ob weite Hose oder Rühre, hauptsache farbenfroh lautet die Devise. Auch für ihn darf es jetzt ruhig etwas knalliger sein. Lässige Sneakers runden den schicken Gute-Laune-Look perfekt ab. Lange Sommerkleider versprühen Romantik pur. Kombiniert wird mit den Farben der Saison zartes Flieder oder knalliges Gelb. All I need is your love tonight. Darf ich bitten? Dunkle Anzüge lässt man lieber in der Wintergarderobe verschwinden. Farbige Akzente sorgen für das gewisse Etwas. Zum Verlieben schön sind Blümchenmuster in allen Facetten. Auffällige Details runden den verspielten Look-up. Einfach umwerfend ist diese Kombi aus bodenlangem choralfarbenen Kleid von Patricia Pepe mit goldigen Akzenten. Der perfekte Begleiter für alle Anlässe ist das verspielte Jeans-Jäckchen von Liu Zhu. Jetzt die neuesten Kollektionen der angesagtesten Designer entdecken. Alles unter einem Dach. Bei Sorelle Ramonda. bei soungen nvereine. Bei Sorelle Ramonda. Bei Sorelle Ramonda. Bei Sorelle Ramonda. Ja. Bei Sorelle Ramonda.